Hallo, kann es auch mal losgehen? Lang lädt der? Ah, nice. Genau, wenn ich es sag. Geil. Herzlich willkommen zu Rainbow Six Siege. Ah, fuck. Kreuzfeuer. Was? Ich bin absolut laut, like my maid. Ein paar Sekunden später. Was? Von wo? Ich hasse Gläßmann, das ist so. Gegner eliminiert. Missionserfolg für eigenen Truppen. Also Leute, ähm, ich habe jetzt die Runde geholt übrigens. Nur so, falls sich jemand fragt, warum wir hier gewinnen. Das ist wegen mir, weil ich so krank bin. So, auf geht's. Hier ist alles klar. Ledge, öffne die Tür, bitte. Öffne diese Tür. Öffne die... Nein, 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 die andere Tür. Nein, was? Okay. Okay. Da ist der Krieger, ich habe zufrieden. Dieses Time-Lock. Einer vom eigenen Trupp verbleibt. Half HP. Der Gegner hat eine Bombe lokalisiert. Macht euch angriffsbereit. Easy. Okay, jetzt haben wir da alles. Können die hier durch? Nee, eigentlich sollte das hier relativ safe sein. Ich suche mir hier noch einen Safe-Spot irgendwo. Ich glaube hier. Ist relativ safe. Hier können die nicht pushen und ich kann eigentlich das in Ruhe abämmen. Passt. Nur rechnen. Just wait. Wait. Weißt du, die dritte. Capcom. Okay. 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 15 Sekunden 10 Sekunden übrig 1, 1, 1 on my trap Gegner eliminiert Missionserfolg vereignet Was? Ich hab zwar gleich angekillt, aber auch wohl Nice job, nice job Ja ok, ich hab ihn auch rangehittert Sehr schön Ah doch, I, C, 4-0 Und ich hab 3 Assists, ich hab 3 Assists, alter Schwede Hab gleich gedacht, dass ich so gut bin